Ein besonderes Highlight auf der Hannover Messe 2016 im Bereich der Skintop Mehrfacheinführung ist das Produkt Skintop Multi. Hierbei handelt es sich um eine Mehrfacheinführung, bestehend aus den Materialien Polycarbonat und einer bestimmten Gelbefüllung. Das heißt, wir haben einen sehr tollen mechanischen Schutz von außen. Es können bis zu 22 Rundleitungen oder auch zwei AC-Interface-Leitungen eingeführt werden. In jeder Lochbohrkonfiguration erhalten wir einen sehr weiten und variablen Klemmbereich bis zu 4 mm. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Variantenvielfalt, was beispielsweise am Schaltschlankbau abgedeckt werden kann. Es können verschiedenste Leitungen wie Steuerleitungen, Datenleitungen oder auch Medienschläuche eingeführt werden. Die bevorzugten Materialien im Bereich des Anlagenbaus wie Gummi, PVC oder auch Silikon können selbstständlich sehr einfach eingeführt werden, da sich unsere Gelmembrane direkt auf den Außenmann der Leitung fest fixiert und wir somit eine sehr hohe Zugentlastung und absolute Dichtigkeit erreichen. Die Dichtigkeit ist eines der Highlights dieses Produkts, da wir hier IP68 erreichen, was ein Muss im Schaltschrankbau ist. Die Montage dieses Produkts funktioniert sehr einfach und schnell, da wir durch diese adhesive Wirkung dieses Gels das Produkt einfach am Schaltschrank platzieren können, vorab definieren, an welcher Stelle es fixiert wird und im Nachlauf mit Befestigungsmaterial wie Schrauben fixieren, um auf Dauer die Festigkeit zu gewährleisten. Die verwendeten Materialien sind halogenfrei, UV-beständig und erhöht wisch- und kratzfest, sodass an verschiedenen Anwendungsgebieten dieses Produkt zum Einsatz kommen kann.